Der Internationale Gerichtshof ist eines der sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen. In diesem Video erkläre ich dir den Aufbau und die Aufgaben des Internationalen Gerichtshofs. Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechorgan der Vereinten Nationen und hat seinen Sitz im Friedenspalast in Den Haag. Aber wichtig, der Internationale Gerichtshof ist nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der seinen Sitz ebenfalls in Den Haag hat, zu verwechseln. Vor dem Internationalen Gerichtshof werden zwischenstaatliche Streitigkeiten verhandelt. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof hingegen Völkerstrafrechtsverbrechen. Im Gegensatz zu dem Strafgerichtshof ist der Internationale Gerichtshof Teil der Vereinten Nationen. Er setzt sich aus 15 Richtern, die jeweils aus verschiedenen Ländern kommen und geografisch die fünf Weltregionen repräsentieren, zusammen. Die Amtszeit eines Richters beträgt neun Jahre. Alle drei Jahre wird ein Drittel der Richter von der UN-Generalversammlung und dem UN-Sicherheitsrat neu gewählt. Wichtig ist, dass die Richter bei der Rechtsprechung nicht die Interessen ihres Landes vertreten. Sie müssen nach dem Völkerrecht unabhängig urteilen. Du weißt nun also bereits, dass vor dem Internationalen Gerichtshof nur über Staaten und nicht über einzelne Personen oder Organisationen verhandelt wird. Zugang zu dem Gericht haben alle UN-Mitglieder und Staaten, die das Statut ratifiziert haben. Die Aufgaben des Gerichtshofs können in zwei Bereiche unterteilt werden. Auf der einen Seite entscheidet der Internationale Gerichtshof bei zwischenstaatlichen Konflikten. Doch, und hier ist das Problem, erfolgt die Streitbeilegung durch den Gerichtshof nur, wenn beide Streitparteien eine Unterwerfungserklärung beim Internationalen Gerichtshof abgegeben haben und damit seine Zuständigkeit anerkennen. Deutschland hat 2008 eine solche Erklärung abgegeben. Insgesamt kennen nur etwas mehr als ein Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen die Zuständigkeit des Gerichtshofes an. Im Streitfall kann jedoch auch ohne Unterwerfungserklärung durch beidseitiges Einverständnis die Angelegenheit vor dem IGH geklärt werden. Die Entscheidungen des Gerichtshofs sind dann für beide Parteien bindend. Hält sich eine Partei nicht an die Beschlüsse, kann sich die andere Partei an den Sicherheitsrat wenden. Dieser kann, wenn er es für erforderlich hält, Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen beschließen, um dem Urteil des Gerichtshofs Wirksamkeit zu verschaffen. Zusätzlich zu der Rechtsprechung bei zwischenstaatlichen Konflikten ist der Internationale Gerichtshof für die Erstellung von Rechtsgutachten zu völkerrechtlichen Fragen zuständig. Bevor jetzt noch einmal die Zusammenfassung kommt, tu mir doch den Gefallen und abonniere diesen Kanal. Du weißt nun also, dass der Internationale Gerichtshof das Hauptrechtsprechorgan der Vereinten Nationen ist. Seine Aufgaben liegen in der Rechtsprechung bei zwischenstaatlichen Konflikten sowie der Erstellung von Rechtsgutachten für die Vereinten Nationen. Zuständig ist der Internationale Gerichtshof bei zwischenstaatlichen Konflikten jedoch nur, wenn beide Parteien eine Unterwerfungserklärung, mit der sie die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs anerkennen, abgegeben haben. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, da mache ich noch mehr davon.